Gott ist das schön gemacht! Wahnsinn! Warte mal kurz, ich muss mal kurz gucken, ist der Toni überhaupt an? Ja, der ist an. Du bist da hinten? Wo ist er denn hin? Da ganz hinten. Geh einfach Weg weiter. Das ist so schön, was denkst du, wie das ausschaut, wenn es schneit? Irgendwann mal. Dann ist alles weiß, das ist so schön. Das ist Frühling, es kann nicht schneiden. Wie schön Minecraft sein könnte, wenn die da einfach mal ein bisschen was machen. Wir gehen jetzt erstmal zu Robin, oder wie der heißt. Wieso hast du so ein Stabria? Schnell weg, bevor sie mich schlägt. Oha, was ist das für ein... Was ist das hier? Ich habe Durst! Was kann ich dir anbieten? Ein Becher Saft kommt sofort. Becher? Das ist Bier! Bier? Ich trinke das. Du trinkst kein Bier, du trinkst Saft. Das ist Bier, das war ein Bierkrog drin. Ich kann mich hinsetzen. Okay, wir reden jetzt mit Farmfin. Oh, dass die wieder wegrennt, okay? Oh, Sul. Oh, du hast also meine Briefe erhalten. Wieso schreibt sie einen Brief? Sie kann einfach mit uns reden. Ich habe Rowan gerade dabei geholfen, die Vorratskammer des Gasthauses auszuräumen. Oha! Dabei haben wir hinten im Laden noch ein paar alte Kunden gefunden, die seit 17 Wochen dort liegen. Okay. Das ist aber nicht schön, Farmfin. Ein paar alte Samenpackungen. Roman hat gesagt, ich soll sie dir geben. Ist das nicht unglaublich? Ja, das ist toll! Endlich. Naja, muss man schon sagen. Ist schon toll. Er hätte es ja auch teuer verkaufen können für... Ja. 754 Blütenblätter. Drück mal weiter. Was kommt da noch? Da fällt mir ein, du solltest dich allen hier vorstellen. Ja, wir müssen uns mit jedem reden, weil das gibt so Sozialpunkte. Was hältst du davon, dich zuerst einmal bei Roman für diesen Samen zu bedanken? Ja, natürlich! Mach mal so. Ja, dann mach mal. Nicht weglaufen! Hi! Johnny! Oh, du hast da meinen Briefverhalten. Ja, der war sehr ausführlich. Dankeschön. Ich habe den Briefverhalten gerade dabei geholfen. Okay, okay. Ich habe den Briefverwahl auf TikTok veröffentlicht. Ich hoffe, das geht in Ordnung für dich. Da ist doch, Robin. Also, wie geht es dir heute? Oh, die, äh, ist das Samen. Kein Problem. Da hast du ja viel Arbeit hast. Helfe ich dir gerne. Hier musst du ja die alte Farm wieder auf Vordermann bringen und so. Wo wir gerade darüber reden. Wie wäre es damit, äh, dieses Saft, der geht aufs Haus. Heh, danke schön. Dann auch noch einen Tag. Anstrengende Arbeit auf den Farm. Das ist perfekte Entspannung. Nein. Sag vor Anfang bitte Bescheid, dass die später, dass ich später Hilfe brauche. Ich würde es ja selber tun. Aber ich habe so viel zu tun und kann die Bahn nicht unaufsitzig gelassen. Aber es ist doch gar keiner. Doch, doch, kommt Jamie. Du musst doch, du musst doch. Hallo. Wie geht es dir? Danke, Ron. Mir geht es gut. Kein Problem. Du hast ja viel Arbeit. Viel Arbeit kann man jetzt nicht gerade sagen. Die alte Farmer Vordermann. Ach, dann gehört. Ich habe gedacht, die hat irgendeinen Verwandten gehört. Ja, einen schönen Saft, einen roten Beetesaft. Hast du schon mal einen roten Beetesaft getrunken? Ja. Okay, dass ich später ihre Hilfe brauche. Ich würde es ja selbst tun. Naja, wenn du viel zu tun hast. So, da ist Jamie. Okay, ich komme zu mir. Die hat mich einfach angesprochen. Brauchst du später noch einmal, Roman braucht später noch einmal meine Hilfe? Ja. Es sollte wirklich ein paar Mitarbeiter zu unterstützen. Ja, ich kann ja mich einstellen. Ich mache es so. Wie auch immer. Siehst du, wie einfach es ist? Ja, toll. Wir haben schon zwei Freunde. Ja, wir unterhalten uns mit allen. Stundenlang, tagelang. Wo wir gerade von Vorstellungen sprechen. Hin und wieder kommt es vor, dass neue Leute herziehen. Schau regelmäßig bei Bürgermeister Max vorbei, um zu sehen, ob du jemandem dabei helfen kannst, sich hier einzufinden. Ich bin gerade mal fünf Minuten selber neu hier. Ich habe noch eine Sache für dich. Oh, jetzt wird es bedrohlich. Dieses 1x1 Bücherregal kann vom großen Nutzen sein. Daher wäre es nicht schlecht, wenn du es in deinem Haus aufstellst. Ein 1x1 Bücherregal ist ja gar nicht so dumm. Wenn du damit interagierst, laucht alles, was du von mir und den anderen gelernt hast, darin auf. Ja, 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 richtig. Das hatte ich beim Anspielen auch. Da kannst du dann alles nachlesen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du in der Zukunft viele Dinge lernen wirst, auf die du dann hin und wieder zurückgreifen wirst. Gerne. Auf den dritten Reiter deines Tagesbuchs. Was echt recht viele Informationen, ja. Das Spiel ist nämlich gar nicht so einfach, ne? Okay, dann können wir ja... Du musst doch mit dir reden. Schnell, bevor es dir geht. Ja, 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 ja. Okay, blau, dann. Ich werde mich allen vorstellen... Ja, so hat man das halt früher gemacht, ne? Naja, gut, in einem Dorf oder so, in einer... Schau regelmäßig bei Bürgermeister vorbei, okay. Aber dass wir das beide... Ich meine, wir sind ja jetzt in... Naja, gut, deswegen muss man es trotzdem beide machen. Einmal eins Bücher regaliert und geschehen. Ja, ja, da stehen viele Sachen drin. Ich habe das nämlich schon mal gelesen. Im dritten Reiter, ich habe es verstanden. So, und jetzt... Ich habe so viele Sachen... Da steht drin, wen du ausräumen kannst und wenig. Ich glaube niemanden auf. Wir sind hier nicht bei GTA. Wir sind hier in einem schönen Spiel. So. So regnet es aber einen ganzen Tag hier. Also das schaut ja toll aus. Das haben sie wirklich vom grafischen Umsetzung wirklich... ganz, ganz gut gemacht. Ziehen. Kann man die Sachen dann verkaufen? Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Falsche Richtung. Das ist falsch gelaufen. Hier lang. Da, 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 da. Wir müssen mit den Leuten reden. Also ich habe das jetzt vorhin richtig verstanden. Du möchtest mit voller Freude und voreifer dann Raft spielen nächste Woche. Nein. Ein Nein sei ein Ja und ein Ja sei ein Nein. Okay. Ich habe mir KM Mechanics Simulator getrunken. Boah, bitte nicht. Doch. Das hättest du von mir haben können. Warum? Weil Johnny KM Mechanic hat. Sparen, Krise. Säte die Samen ein. Kann ich auch das Bücherregal nehmen? Ich habe hier noch drei Stück. Ich weiß nicht, wie das geht. Achso, ich muss... Nehm da ein Sam. Da ist so eine Linie. Da. Nicht so viel dazu machen. Nur ein Sam. Nicht dazu machen. Wir haben schon genug Feld. Jetzt brauche ich ja nicht gießen, na? Oder? Wie ist denn das offiziell? Einfach drauf klatscht. Das ist schon gegossen, weil es regnet. Das sagst du. Nein, du brauchst nicht. Komm mit. Hier. Das ist zu schwierig für mich das Spiel. Intellektuell schaffe ich das nicht. Oder wächst mein und vor allem am Haus hoch. Das ist schön. Das ist sehr schön. Können wir hier auch irgendwie... Achso, warte mal. Brauche ich dein eigenes Haus? Hä? Brauche ich ein eigenes Haus? Ne, das ist da eins. Warum? Warte mal. Wo ist denn jetzt mein... Warte mal. I? Einmal eins. Wie kann ich denn das jetzt... Achso, warte mal. Ich habe hier ein grünes Blatt. Ein blaues Blütenblatt. Ein weißes Blütenblatt. Einen Becher Saft. Wie kann ich den trinken? Und ein Bücherregal. So, und jetzt kann ich interagieren. Okay, dann interagiere ich jetzt mal. Platziere ich das hier mal. Ach, du meine Güte. Das ist ja riesig. Drehen? Äh, warte, wie? Platzieren. Das geht aber nicht. Wieso geht denn das nicht? Achso, warte mal. Jetzt wird es gehen. Hm, das geht nicht. Was tut dein Bücherregal? Ich kann es nicht... Ich kann es nicht platzieren. Stell es neben meins hin. Ach, was muss man auf den Boden stellen? Jetzt muss er erst einmal... Ja, natürlich. Ein Bücherregal? Ja, ist egal. Okay, dann platziere ich es halt mal. Oh mein Gott, man muss es nicht hinhängen. Ich will jetzt mal einen Saft trinken. Hast du deinen Saft schon getrunken? Nein, noch nicht.